Liebe Freunde der geistigen Welt, herzlich willkommen zum Channeling-Kongress 2020. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Susanne Hirsch, ich bin Sprach- und Schreibmedium der geistigen Welt, der Lichtwesenheiten wie aufgestiegenen Meister, Engelwesen, Naturwesenheiten und Sternenwesen und von Mutter Erde. Ich gebe öffentliche Channelings in den Münchner Buchhandlungen, halte Seminare, mache Energiebehandlungen und mediale Lebensberatungen. Und ich freue mich sehr, mit meinem Sein dazu beitragen und zu können, dass immer mehr von euch in ihre Herzen gehen können, ihre Herzen für sich selber öffnen können und sich die Erlaubnis dazu geben, weil die Emotionen, die Sprache der Seele so wichtig sind. Seid gesegnet, meine Freunde, Jesus spricht zu euch von Herz zu Herz und Stirn zu Stirn, um euch zu sagen, dass ihr wunderbar und großartig seid. Und dass ihr euch selber hingeben dürft, auf immer, da und ewig, nicht für immer, da und ewig. Auch ich habe mich hingegeben, egal was ist. Auch ich war immer verbunden mit meiner ureigenen Göttlichkeit, egal was war. Ich danke euch, dass ihr in diesem Moment hier seid und zuhört, dass ich euch all diese Geschenke machen darf und ihr eure Herzen für mich öffnet, weil ihr sie für euch selber öffnet. Vielen Dank. Vielen Dank.